Am 5. November findet der letzte verkaufsoffene Sonntag in Hamburg statt. Von 13 bis 18 Uhr gibt es für Besucherinnen und Besucher der Innenstadt wieder ein kulturelles Programm. Bei Galeria wird zum Beispiel eine 8 Meter große Praline angeschnitten. Der Entertainer, Musiker und Parodist Jörg Knörr tritt in der Europa-Passage auf und im Levante Haus gibt es eine Fotoausstellung mit dem Thema KI trifft auf Porträts.